KI-Systeme sind derzeit in aller Munde. Der Diskurs um ihre Vorteile und Gefahren, um ihre Risiken und ihren Nutzen, scheint nahezu allgegenwärtig. KI-Systeme sind so konzipiert, dass sie menschliches Verhalten nachahmen. Kein Wunder also, dass es sich hier um höchst komplexe Systeme handelt. Um diese Komplexität greifbar zu machen, begeben wir uns nun auf eine gemeinsame Datenreise. Mit einem künstlerischen Forschungsansatz haben Kate Crawford und Fladan Jola die Anatomie einer künstlichen Intelligenz kartografiert. Katja Mayer wird uns jetzt diese Karte näher bringen. Sie wird erklären, wie sich damit die Funktionsweise einer globalen, soziomateriellen KI-Infrastruktur erklären lässt. Oder einfacher ausgedrückt, was passiert eigentlich, wenn wir Alexa nach dem Wetter fragen? Künstliche Intelligenz wird zunehmend in unser tägliches Leben integriert. KI-Systeme sind so konzipiert, dass sie menschliches Verhalten nachahmen und Aufgaben ausführen können, wie das Erkennen von Mustern, das Treffen von Entscheidungen und das Lösen von Problemen. In den letzten Jahren hat sich der öffentliche Diskurs zur künstlichen Intelligenz stark gewandelt. Der Hype der Automatisierung scheint zumindest bei uns vorüber zu sein und man ist skeptisch geworden. Selbst einige Bosse von großen Technologiekonzernen warnen vor den Gefahren von KI und KI-gestützter Automatisierung, Verlust von Arbeitsplätzen, Aufgabe der Privatsphäre, Machtmissbrauch, unvorhersehbare zivile und militärische Sicherheitslücken und so weiter. Sie fordern eine stärkere internationale Zusammenarbeit, um sicherzustellen, dass die Auswirkungen auf die Gesellschaft und die menschliche Existenz minimiert werden. Die Industriepolitik und Konzerne bemühen sich gerade besonders um einen Imagewandel hin zu vertrauenswürdiger, verantwortungsvoller, menschenzentrierter, guter und nützlicher KI. Man will sicherstellen, dass KI-Technologien sorgfältig überwacht und reguliert werden, damit sie ethisch und sozial verträglich sind. Dazu gehört unter anderem, dass die BetreiberInnen jederzeit für die Technologie verantwortlich gemacht werden können. Dies ist wiederum nur möglich, wenn solche Systeme transparent und nachvollziehbar operieren, und klar ist, wie Entscheidungen zustande kommen. Wir sehen deutlich, Verantwortung und Vertrauen beziehen sich hierbei jedoch nur auf einen kleinen Ausschnitt der künstlichen Intelligenz als Gesamtphänomen, nämlich auf die Daten und Algorithmen und deren EntwicklerInnen und BetreiberInnen, sowie die Gesetzgebung und die Politik. Doch KI ist viel mehr als das. Dieses scheinbar grenzenlose Phänomen einer Intelligenz besteht nicht nur aus Daten und Algorithmen, sondern aus globalen Netzwerken und Abhängigkeiten von Institutionen, Maschinen, Ressourcen, Arbeitskraft, Lieferketten und viel mehr. In dieser Session weiten wir den Blick und überlegen, wie sich das Verständnis von Vertrauen und Verantwortung ändert, wenn wir die riesigen, komplexen, soziomateriellen Fundamente der künstlichen Intelligenz berücksichtigen. Zu diesem Zweck bedienen wir uns eines Ansatzes künstlerischer Forschung von Kolleginnen Kate Crawford und Vla Danjola, die mit Hilfe der, wie sie es nennen, kritischen Kartografie die Komplexität der Zusammenhänge sichtbar machen. Die beiden haben eine Karte zur Anatomie der künstlichen Intelligenz, ausgehend von ihren eigenen Erfahrungen und Untersuchungen, zu einem sogenannten Smart Device, Amazon Echo, gezeichnet. Dieses schicke Plastikobjekt, Amazon Echo, mit seinen Sensoren, Lämpchen und ein paar Schaltkreisen, ist das Interface zu einer globalen, soziomateriellen KI-Infrastruktur. Was braucht es alles, damit uns das KI-Service Alexa die Wettervorhersage über Echo liefern kann, während wir online shoppen? Vla Danjola hat also seinen Smart Device aufgemacht und geschaut, was da so drinnen ist und wie dieses Gerät mit anderen verbunden ist, welche Daten wie gesendet werden. Daraus entstanden ist in jahrelanger Arbeit eine Karte, die ausgehend von dem Gerät und seinem Anwender die globale KI-Infrastruktur von der Produktion bis zur Müllhalde visualisiert. Die vertikale Linie in der Mitte der Karte beschreibt die Daten und Materialwege von und zu dem Gerät, von der häuslichen Infrastruktur über das Internet zu den Plattformen und Service-Providern, von dort zur Cloud und dort operierenden KI-Komponenten, wie zum Beispiel der Erkennung von gesprochener Sprache, um die Befehle auszuführen. In der Cloud werden auch die Daten zum Anwender gespeichert. All dies braucht neben Arbeitskraft und Computerpower viel Wasser und Energie. Die physischen Infrastrukturen benötigen weiters viele Rohstoffe, mehr als 75 Elemente des Periodensystems. Ohne diese Rohstoffe gäbe es keine künstliche Intelligenz. Und sie werden nicht mehr, im Gegenteil. Die bekannten Reserven schrumpfen, sind jetzt bereits Grund für internationale Konflikte. Lithium wurde bekannt als das graue Gold. Es ist ein zentraler Bestandteil unserer elektronischen Welt. Jede Cloud ist unter anderem aus Lithium gemacht. Und aus Steinen, Erdöl und natürlich Unmengen an Energie. Lithium wird vielerorts abgebaut, aber die großen Minen befinden sich in Bolivien, im Kongo, in Australien und in Indonesien. Der Zinn als Lötzinn für die Metalllegierungen wird auch in Indonesien abgebaut. Auf den zinnreichen Inseln ist nicht nur die Natur zerstört, sondern es finden sich auch viele Gräber von ZinnarbeiterInnen, die bei der gefährlichen Arbeit ums Leben gekommen sind. Sie beschafften Rohstoffe für die Unterhaltungselektronik, die vor vielen Millionen Jahren entstanden sind. Im Gegensatz dazu ist die durchschnittliche Lebensdauer eines KI-Konsumgutes, wie eben so eines Smart Devices oder auch eines Mobiltelefons, 3,8 Jahre und dann ab auf den Müll. Und so landen die Endgeräte oftmals wieder in den Erdregionen, aus denen ihre Rohstoffe gekommen sind. Bevor sie auf chinesischen Fließbändern zusammengebaut und weiter verschifft wurden. Obwohl die Basler Konvention ein internationales Abkommen den Export nicht funktionierender Altgeräte verbietet, findet sich unser KI-Schrott auf den Müllhalden in Afrika und Asien wieder. Die Wiedergewinnung von Rohstoffen durch Recycling ist vielen Industrieländern zu teuer. Deshalb sammeln viele Kinder und Jugendliche auf den giftigen Müllhalden die begehrten Rohstoffe. Ein kleiner Beutel Eisen bringt knapp einen Euro. Aluminium ist inzwischen wieder etwas mehr wert. Für Kupfer gibt es rund 80 Cent. Doch zurück zur lebendigen KI. Wie kann man die Arbeitswelt abseits von Silicon Valley beschreiben, die künstliche Intelligenz erschafft und servisiert? So sind Crowdworker in Ländern wie Indien oder Bangladesch unabdingbar für maschinelles Lernen, da sie die Trainingsdaten erschaffen und weiter mit den Systemen trainieren. Sie arbeiten als Labeler oder AnnotatorInnen. Das heißt, sie sind dafür verantwortlich, große Mengen an Daten zu kategorisieren und zu beschriften, die dann von KI-Systemen verwendet werden, um Muster und Trends zu erkennen und Entscheidungen zu treffen. Ohne sie gäbe es nicht genug qualitativ hochwertige Daten für das Training von KI-Systemen. Inzwischen sind einige Skandale ans Licht gekommen, die zeigen, wie schlecht die Arbeitsbedingungen und Bezahlung für Crowdworker sind. Es sei hier aber auch angemerkt, dass in der Data Science Bedenken geäußert werden, ob es durch das Crowdwork im globalen Süden zu einer Verzerrung der Daten und damit zu schlechten Resultaten für die KI kommen kann, wenn die Crowdworker aus bestimmten Regionen oder Kulturen kommen und daher möglicherweise bestimmte Perspektiven oder Erfahrungen des globalen Nordens nicht entsprechend repräsentieren können. Auf der Karte von Jola und Crawford befindet sich auch eine Liste, die die durchschnittlichen Monatsgehälter von Menschen, die KI möglich machen, soweit bekannt, aufzeichnen. Von den Kobalt-MinenarbeiterInnen mit 30 Dollar im Monat, über die Callcenter-MitarbeiterInnen in den Philippinen mit 250 Dollar im Monat, den Software-IngenieurInnen in Indien mit 600 Dollar, zu den FließbandarbeiterInnen bei Foxconn mit 1200 Dollar im Monat, bis hin zu den Chefetagen der KI-Konzerne wie Amazon mit 16.000 Dollar im Monat, ist es ein weiter Weg. Die kritische Landkarte der Künstlichen Intelligenz zeigt, wie durch Recherche und Visualisierung Zusammenhänge deutlich werden, die zuvor unfassbar erschienen. Von der Produktion einer Technologie, über deren Einsatz bis hin zu ihren Überbleibseln. Die Karte hilft uns zu verstehen, dass Verantwortung und damit auch Vertrauen in künstliche Intelligenz nicht nur, und nur ist natürlich untertrieben, denn es ist auch so schon komplex genug, nicht nur auf der Ebene von Daten und Algorithmen gedacht werden kann. Kritische Karten, wie die von Jola und Crawford, geben dem globalen Zusammenhängen von KI eine visuelle und begreifbare Form und führen damit vor, welche Elemente in der Untersuchung von Verantwortlichkeiten besonders unter die Lupe genommen werden sollen. Als neues Wissensformat kann eine solche kritische Karte die unterschiedlichen Formen der planetaren Ausbeutung zusammenbringen und damit nicht nur das Verständnis dafür verbessern, sondern auch Ansatzpunkte für Intervention und Steuerung liefern. Die kritische Kartografie ist sehr aufwendig und muss selbst kritisch reflektieren, wie sie Perspektiven mit ihrem visuellen Regime formatiert. Denn es bleiben beispielsweise viele Leerstellen, wo man keine oder zu wenige Informationen hat. Wie werden solche Leerstellen dargestellt? Wie geht man mit sich laufend veränderten Umständen um? Wann ist so eine Karte jemals fertig oder sollte man dies offen lassen? Und schlussendlich, in welche God-Perspective, welchen Blick von oben bringt uns eine solche Karte, die wir von unserer privilegierten Position als Endverbraucher im globalen Norden auszeichnen? Wie würde so eine Karte wohl aus Sicht der Crowdworker oder der FabriksarbeiterInnen, der Kinder auf den Müllhalden aussehen? Jedenfalls aber hat uns diese kritische Karte der sozio-materiellen Fundamente der künstlichen Intelligenz geholfen, die Frage nach einer verantwortungsvollen oder menschenzentrierten KI zu erweitern. Und wir können nun bereits dringend notwendige Veränderungen aufzeigen. Verantwortungsvoll wäre es, einen ressourcenschonenderen Betrieb der Technologie zu etablieren. Verantwortungsvoll wäre es, den Fokus der menschenzentrierten KI auf die gesamte notwendige Arbeitskraft auszuweiten. Veränderungsvoll wäre es, einen Schmelzen Flower aufzuwe identity zu nutzen und diesem Kartoffel mir angeht dass unser Technologie Wan-P llamen und öffnrinnen mobile-PC Klimaschutzkirr. Ein Karte vom Objektileri in Motion